In Columbus im US-Bundesstaat Ohio kam es in der Nacht zu Mittwoch zu Protesten vor dem örtlichen Polizeirevier. Zuvor war ein 16-jähriges afroamerikanisches Mädchen durch Schüsse von Polizeibeamten gestorben. Die Polizei war durch einen Notruf alarmiert worden, indem es hieß, dass eine Täterin mit einem Messer Personen bedrohen würde. Nach Angaben der Ermittler werde der Vorfall untersucht und die Bürger sollten bis zur Aufklärung der dramatischen Ereignisse Ruhe bewahren. Die tödlichen Schüsse fielen nur wenige Augenblicke vor der Verkündung des Schuldspruchs gegen den weißen Ex-Polizisten Derek Chauvin im Fall des getöteten Afroamerikaners George Floyd.